Ja, würde ich sagen, oder? Wohin gehen wir? Fünf Minuten warten. Ja, komm. Auf geht's. Führ uns mal hier. Psyche underground. Psycho-Untergrund hier. Putzenpfiff. Putzenpfiff. Überlegen, ob ich gleich noch Kontakt, wenn ich da reinschmeiße. Wie sieht das wie eine Graufe aus im Schaf? Keine Ahnung. Das ist hier neben dem Raucherstil, oder? Du meinst nicht Raucherstil, oder? Ja, oder Raucherstil. Ja, oder Raucherstil. Ich muss nur gucken. Okay, geht weiter. Hast du das, ne? Du hast noch nicht mal ne Brille an. Wie lief das aus? Ja, fast an. So klein ist der Fabian gar nicht. Die Wildwasserbahn ist zu. Ja. Pulsar. Pulsar. Pulsar fährt. Echt? Ja, geil. Ach, das ist das Teil, was du meinst? Ja. Ja, ja. Richtig. Ja. Ach du Scheiße. So, 7. Anmoderation. Wo sind wir denn heute hier? Äh. Ich mein, also meines Erachtens sieht's aus wie Disneyland, aber ist es nicht, oder? Ja. Ich würd sagen, Walibi-Selgien ist das irgendwie, ne? Walibi-Bi? 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 Ich weiß noch nicht. Holland oder Belgien? Ich bin nie falsch abgewogen, glaub ich. Walibi. Beim Bruder-Bi. Da hoch so eine Kirrelsanlage hier hin. Haha, so eine Kirrelsanlage. Schön wie Koma. das nicht mitnehmen geht schon alles gut ich wollte jetzt nicht ja 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 geile fliegende teppichjunge adrenalin wenn ich da einsteige das ding kriegt kein hoch aber bleiben das ding kriegt kein hoch ja weil ich so schwer bin ja so schwer denke ich immer das ist ja 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 aber den muss ich sagen ja also den muss ich auf jeden fall fahren ich glaube ich kann mich erinnern wo ich mit guido im torball an war wir sind so lange gefahren wie bis alle nass waren noch eine runde noch eine runde immer noch nicht nass noch eine runde ich muss verfahren meine eltern dürfen das video nie sehen dass wir gerade eine zigarette angeboten hast ja aber nur weil das glücklich glücklich auch unter der maske ja hauptsache park die maske brennt oh mein gott ja du lass das geile rote dinge abreden das ist gerade so romantisch ja da hinten ist es auch sehr romantisch romantisch guido vorsicht schild ja das ist ja eine neue anlage ja also freefall kriegst du mich nicht rein ja ich auch nicht da sind wir wo 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 tun bla 2 1 in Vietnam